Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Letztest von mir, Spellsworn. So heißt das Spiel. Es geht darum, du bist ein Magier, du kannst, es ist halt skillbasierend auch und halt, wie du deine, wie soll ich sagen, deine Zauber einsetzt. Du hast vier oder fünf, ich weiß jetzt gerade nicht genau mehr, Gegner gegen dich und ihr seid auf einer kleinen Insel. Die Insel wird immer kleiner und ihr müsst um euer Überleben kämpfen. Denn es, ich habe gestern mal gespielt, ich fand das so geil und das erinnert mich an einen Modus damals aus Warcraft 3 sogar noch. Ich kann euch leider nicht mehr genau sagen, wie er hieß. Ich glaube auch Spellsworn, war das so? Ich glaube, das war hier Spellsworn. Auf jeden Fall war es das ähnlich. Jetzt machen wir mal hier Quick Join, ich hoffe, das geht ganz schnell. Also testet es, es wird, wenn ihr sowas mögt. Ach, ich hoste jetzt den Server, geil. Shopping Round, okay. Äh, was nehmen wir denn? Wir nehmen Homing Missile. Wir nehmen den hier. The Chain Hook. Kann ich noch was kaufen, so. Und Teleport. Ei, 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 das wird ein Spaß. So, äh, machen wir, 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 der Homing Missile, könnt ihr euch vorstellen, was das ist. Das hier ist das schwarze Loch. Also da schießt ihr raus und die Leute machen zzzzzz. So, ähm, das ist ein Hook. Hier, Shane Hook. Da ziehst du Leute zu dir ran. Und das ist der Blink. Also nichts, nichts allzu krasses. Okay, ich weiß nicht, ob wir gegen Bots spielen oder nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh, der hat Face Shifting. Wuhu. Alter. Please, do not hurt me. Aua. Komm her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, frisst das. Nein, 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 nein. Oh Gott, nicht schon wieder so einer. Aber, äh, äh, äh. Der tut mir nur weh. Oh Gott. Bitte. Hört ihr, hört ihr jetzt auf? Nein. Au, au. Ja, euer Cookie ist vielleicht nicht so gut, aber. Komm her. Das ist mein schwarzes Loch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der will mich doch. Der will mich doch. Das weiß ich. Und hier, seht ihr, dass es hier so immer näher kommt. Und da, wenn ihr da drin bist, das ist böses Gift. Ganz böse Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, hört auf. Ich bin doch unschuldig. Gut, dass sie mich geflasht. Au, 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 au. Au. Okay, okay. Ich bin so gut wie tot. Komm mal her. oh goh oh goh oh goh oh goh oh goh oh 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 please do not hurt me ohrm nein ich hab ihm geholfen dass er gewinnt das ist resposta ok ja dann spielen wir gegen bots das damit komm ich auch klar time anchor was ist das die ph Parameters Shifting Lockdown. Counter-Chain-Select and Root. Energy Shield. Ganz ehrlich, wir holen uns auch so ein Energy Shield. Weil das ist krass, Alter. Okay, ready. Ja, ich mach mir Sorgen. Einfach mal die Homing-Misse schießen hier. Bitte, geh zu jemand andern. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Brauner hier. Zack. Und holen wir uns... Nein, 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 nein. Alter, wie mies. Wie mies war das denn? Komm sofort zurück. Ach du Scheiße, es wird immer enger hier. Ach, der eine hat noch 100. Ja, geil. Und ich treffe natürlich immer den Falschen. Oh, oh, oh. Jetzt trifft es den, aber. Oh Gott, 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 oh Gott. Bitte tut mir nichts. Aua. Aua. Alter, die Leute gehen hier ab wie ein Zäpfchen, ne? Uh, oder besser gesagt, auch die Bots hier. Ja, und es geht halt, wie gesagt, es geht darum, dass ihr überlebt und mehrfach gewinnt. Oh, oh Gott. Oh Gott. Komm mal her. Oh. Boom. Ne, 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 lass. Mal stecken, bitte. Au, 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 au. Bomb. Nein. Komm mal her, komm mal her. Aua. Das tut doch weh. Yes. Euer Cookie hat gewonnen. Uuh. Auf jeden Fall, wie ihr seht, das Spiel geht viel auf Timing, wie du deine Cooldowns managst. Mir macht es Spaß. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Ganz ehrlich. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass mir so ein Spiel Spaß machen könnte. Aber Halleluja. Es bockt einfach. Es bockt einfach. Was macht das? Zweite Level of the Shield is now attached to the player. Oh, yes. Yes, yes, yes. Wir holen uns das. So, auf jeden Fall könnt ihr auch immer upgraden und so. Oh, bitte. Tu mir nichts. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Lasst mal. Alter, jetzt machen sie aber sogar schon Gift und so. Komm mal her. Au, äh. Au. Die sind eiskalt hier. Bitte tu mir nichts. Wow. Boah. Friss mein Feuerball. Nein, ich will den Feuerball nicht zurückkriegen. Feuerball. Okay. Alter, wie hat der das denn ge... Alter, das ist krasse Scheiße. Komm her. Ach ja. Oh boy. Woo. Alter. Der eine muss unbedingt verrecken. Also, er hat viel zu viel HP. Okay. Na, gegen den will ich gar nicht kämpfen. Rotomine. Alter. Ah, das Schild. Ja. Geil. Aber wir müssen, wir müssen mal, wir müssen mal hier ein bisschen, ein bisschen umordnen. So, A, S, R. Sicherlich drücke ich jetzt wieder alles falsch, weil ich es nicht direkt geordnet habe. Aber egal. Was macht eigentlich Lightning? Sehr fähig. Okay. Meteor dürfen wir ja nicht. Schade drum. Aber egal. So, das haben wir jetzt fertig geskillt. Genauso wie die Homing Missile. Und die sind ready. Oh, ein Spieler ist da. Ach, wie geil. Das wird jetzt mies, Alter. Es ist Nagi, Alter. Nagi Springfield. Bäh. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, bruh. It's my Cookie. Oh mein Gott, den muss ich töten. Den muss ich töten. Ist mir egal, ob ich sterbe. Aber er muss dran glauben. Komm her. Aber. Das tut doch weh. Krieg deine eigene Sachen zurück, Alter. Oh Gott. Das ist viel zu schwer. Mö, mö, mö. Huuu. Alter, komm mal her. De, 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 de. Oh Gott, Alter. Uff, 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 uff. Au. Vom wo? Okay. Das tut richtig weh. Ich bin down. Ich bin sowas von down. Uff, 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 uff. Hm. So. Damit müssten wir fertig haben. Alter. Ja. Unangenehm. Unangenehm. Wo ist dieser Typ? Oh, falsche. Wow. Nagi, komm doch her. Wie er durchgehend dieselben Sachen castet hier, ne? Wow, wow, wow. Ich vergesse die ganze Zeit, dass es, dass es hier auch noch die Bots gibt. Au, au, au. Ne, 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 ne. Da laufen wir mal nicht rein. Komm her, du lecker Alter. Ach, bumm. Warum? Alter hat der gerade gefressen. Oh Gott, ich drücke immer die falsche Taste. Alter, die Längen haben alle gerade gut. Egal. Wir schaffen das. Huh. Oh boy. Ah, nice try. Bam. Jetzt haben wir die Rache gekriegt mit dem Cookie hier. Komm mal her. Ich weiß ja gerade nicht, was abgegangen ist, ne? Aber Halleluja. Ah ja. Fristor. So war das hier nicht gemeint. Oh Gott. 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 Prisma. Alter. Wow, wow, wow. Alter, wie krass ist das Vieh? Respekt an dem Bot, Alter. Der hat mich jetzt so platt gemacht. Oh, 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 krass. Auf jeden Fall, das war es dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das ist nur ein letzter Test. Aber wenn es euch gefallen hat, sagt Bescheid. Man kann es ja mal vielleicht zusammenzocken oder sonst was, wenn sich genug Leute finden. Und probiert es aus. Es macht wirklich Spaß. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Nimm den LP, sagt der Langenweiler. Ade. Tschüss. ENDE ENDE Untertitelung des ZDF, 2020